die idee ist dass ich was ich hier zeigen möchte oder was wir hier zeigen möchten ist ein workflow der wirklich existiert der wirklich verkoppelt ist zwischen pyramids und den renderer der sich auf der linken seite da findet auch von mac und dazwischen sind auch noch ein zwei apparate das heißt der anubis der noch wichtig ist und oder ein hobby warum das weil wir müssen ja natürlich analog die 10 12 14 unterschiedlich was sie für eine größe haben aber xy lautsprecher analog sozusagen also in diesem fall analog das signal weitergeben und das geht natürlich dann über 67 ravena mir werden ich werde ich habe ein paar slides präpariert und die idee mir werden dadurch auf der konfiguration den workflow und das alles besprechen also das erste ist wirklich den block diagramm von was wir hier haben und wie das eben alles aussieht also erstens brauchen wir natürlich das ist noch nicht eine offizielle version das ist die pyramids 25 version die wird jetzt in paar wochen erhältlich sein dazu muss man zum es zu ergänzen braucht man natürlich die option vom atmos support die wird in manchen wie soll ich sagen in manchen packages schon ist die schon inklusiv und in den kleineren version ist halt nicht inklusiv und merging hardware das heißt der merging hardware der gibt mir den ptp das heißt gibt mir den takt damit ich die ganzen verschiedene hardware und software auch synchronisieren kann über das netzwerk ich könnte es jetzt zum beispiel über maddie machen wenn ich jetzt eine rmu also david hat erklärt es gibt auch hardware encoder von dolby und decoder die natürlich zum beispiel ein maddie anschluss haben und da könnte ich klar über maddie gehen wenn ich wenn ich wenn ich das möchte es wäre natürlich viel als vom budget her viel höher und vielleicht auch unflexibler und uneleganter deswegen haben wir uns gesagt hier wollen wir halt das netzwerk teil zeigen von der software her gibt es auf den mark als renderer zwei teile was david auch schon erklärt hat den sony atmos den dolby entschuldigung atmos production suite und den mastering suite alle beide funktionieren nur auf mag beziehungsweise man braucht ein mark im sinne dass man aber das kennt ihr bestimmt dass man einen virtuellen audio driver von überall 67 und ravena installieren kann und den über karl audio betrieb also seine ein und ausgänge sozusagen zur verfügung stellen über das netzwerk und das ist genau was wir hier machen dann und dann gibt es eben die hardware solution die rmu teile und da sind zwei davon da gibt es die also die 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 rmu wie heißt die genau ht rmu das ist die produktion sozusagen hardware und dann gibt es die theatrical die wird jetzt nicht mit pyramids unterstützt aber alle anderen dolby lösungen wären mit pyramids unterstützt und dann sieht man es auch ganz klar hier das heißt man hat audio audio zwischen pyramids und in dolby atmos renderer und wir haben auch die metadaten das wenn man dann gleich sehen wie das alles funktioniert noch eins was wichtig ist wir funktionieren natürlich in 48 kilohertz wir können auch in 96 kilohertz funktionieren und über dieses dieses samperate da kommt der atmos renderer nicht mehr mit also dann ist man eine zwischenlösung finden wo halt ein src irgendwo da drin steckt weil eine konvertierung von files natürlich da drin steckt zum dass man dann diese file ein kodieren kann also es kann mal sein dass dolby atmos höher geht aber das ist für moment noch nicht der fall auf jeden fall gut zu pyramids wir haben jetzt schon seit vielen jahren immersive strips also von mono bis 22 2 ambisonic strips auch bis zum siebten order und von bussen her haben wir also wir machen immer den unterschied zwischen mix und groups groups sind sozusagen stems das heißt da kann ich eben für kino zum beispiel kann ich direkt dialog effekt musik und so weiter was für im musikbereich eigentlich nicht so viel sinn macht und ich habe mix das sind halt ausgänge und da habe ich verschiedene bussen zur verfügung eben auch wieder mono bis 23 30 entschuldigung punkt 2 ich habe atmos setups ich habe die ganzen atmos setups von 5 1.2 bis 9 1 6 oder 4 ich weiß nicht mehr was der höchste ist ich habe aber auch andere setups für andere formate oder codex auro zum beispiel ich habe dann auch das sind dann spezielle broadcast formate für 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 verschiedene länder die schon im immersiv arbeiten wie japan und korea ich habe auch ambisonics ausgänge und objekte das heißt mir funktionieren ein wenig anders wie jetzt gerade was dolby erklärt hat wir haben sozusagen ein 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 mix bus und man kann dazu objekte einsetzen das heißt wenn die wie hier wenn die vier lautsprecher fix sind nennen wir das nicht ein objekt das sind das sind die sind im einsatz mit dem bus zusammen also ist es ein 7 1.4 ein objekt könnte etwas sein typisch natürlich ein effekt was jetzt irgendwie durch durch die von rechts nach links oder rückwärts vorwärts und sowas geht im kino typisch oder es könnte zum beispiel im broadcast bereich jetzt ein objekt sein weil es zum beispiel eine andere sprache ist oder eine audio description für 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 solche sachen all diese sozusagen anwendung sie nicht so interessant im musikbereich also mir werden er mit klassiken setups arbeiten von 5 1.2 bis 9 1 4 aber ich werde beides zeigen so habt ihr auch eine idee von was möglich ist gut und eben ich habe dann die möglichkeit objekte noch dazu zu setzen und das ist ein separater bus und dieser objekt bus ich kann ein einsetzen oder mehrere einsetzen und dieser objekt bus kann es von ein kanal bis 128 kanäle sein das heißt wenn ich jetzt hier mir sage ihr werdet es dann sehen ich möchte irgendwie ein stereo objekt oder irgendwie was durch die luft bringen und 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 hoch und runter bringen kann ich direkt diesen bus aufbauen und dann das interessante es ist ja vom signal her was vollkommen separates von mein bed sozusagen ja von mein mix und deswegen habe ich diesen grünen knopf wo ich ihn trotzdem hinein tun kann weil ich ihn zusammen hören möchte und natürlich prannen möchte oder in nicht im also wenn ich den nicht einsetze das heißt ich habe ihn nicht in meinen partner aber er kommt trotzdem raus klar weil ich habe ihn als unabhängige spur und unabhängiger ausgang das nächste ist natürlich dass ich den partner habe und wenn ich sage den partner ich kann mehrere partner einsetzen weil es kann ja sein dass ihr vielleicht eine 5 1 mischung macht und gleichzeitig eine atmos mischung macht in derselben produktion und dass ihr vielleicht für spezifische anwendungen zum beispiel wie hall oder solche sachen vielleicht nicht in genau denselben hall einsetzt und deswegen auch ein unterschiedlicher oder anderer panne einsetzt deswegen kann ich ein eine instanz von panne einsetzen oder mehr wie eine instanz von panne und dann sieht man auch von also ihr kennt ihn vielleicht manche von euch also renne weiß ich klar aber ich weiß nicht alle ob die anderen auch schon mit den panne gearbeitet haben auf der linken seite sieht man die speakers von von oben das heißt die grünen sind die obersten speaker die roten sind die mittelspeaker und die blauen sind die untersten speaker das ist ein 22.2 also jetzt hat hat es nichts mit dolby zu tun und auf der rechten seite sieht man es von hinten als wenn man den bildschirm zum beispiel oder den vorderseil sehen möchte oder sehen wird und das weiße ist mein signal das wäre jetzt ein mono signal das interessante auch für leute die dann vielleicht im archivbereich arbeiten dann für atmos und solche sachen oder im immersiven bereich ich kann auch direkt stems oder schon premix oder mix einführen das heißt wenn es zum beispiel wenn sie schon ein 5 1 mischung haben und sie müssen daraus eine atmos mischung haben würde ich jetzt ein 5 1 also genau gesehen ein 50 also fünf punkte fünf weiße punkte haben die ich dann natürlich dann ausstreiten also ausbreiten könnte und wieder zusammentun und natürlich wenn ich das möchte auch auch von vorne nach hinten oben runter und so was noch eine sache die wichtig ist in diesem panne ich habe hier unten rechts die divergence das heißt ich kann natürlich den den ton zum beispiel ausbreiten damit er auch wenn ich jetzt ein etwas in mein in mein zentral sprecher senden möchte dass auch mein rechter mein linker speaker etwas hat und das kann ich auch in zwei dimensionen machen genau wie so in drei dimensionen auch hören da kann ich dann hier einstellen 2d oder 3d was ich wissen muss ist dass wenn ich jetzt seinen lautsprecher aufbauen zum beispiel wie in 9 1.4 möchte ich vielleicht nicht unbedingt dass diese divergence auch diese lautsprecher in also eine influence auf denen hat und möchte sie eher trocken behalten oder eine andere divergence aufbauen deswegen kann ich mir dann sagen ich will trotzdem objekte aufbauen statt diese sprecher in meinen bus einsetzen wie geht das jetzt genau mit pyramids los und atmos also wie ich sagte den channel mapping kann man von 512 bis 916 wie es auch verstanden hat in dolby renderer kann ich nur bis ein ein bett sozusagen von 7 1.2 haben dass der rest davon sind objekte aber das interessante ich habe hier wenn ich einen neuen bus einsetze habe ich hier meine ganze liste von bussen von setups die ich brauchen kann und da sehe ich die ganze liste von dolby atmos eben und wenn ich jetzt zum beispiel was mir hier dann grad sehen werden wenn ich jetzt eine dolby atmos 7 1 4 instanz auswähle da habe ich natürlich schon die richtigen ausgänge und sobald ich sobald ich es dann mit mein renderer verkopple hat er auch direkt dann wenn ich muss natürlich die eingänge und die ausgänge richtig ein wählen und so weiter aber hat er hat er dann auch direkt die x y position von den jetzt objekten in dolby renderer aber bus höhere lautsprecher in mein pyramids ok und da muss ich natürlich auswählen was ich möchte und wie ich vorher sagte viele leute also für divergence probleme aber auch für arbeits also workflows die machen dann zum beispiel ein 514 also die wollen ein 514 arbeit machen und tun dann vier objekte mit 151 und so weiter und so weiter das sind dann die verschiedenen scaling möglichkeiten und vom content her könnte man eben auch das ein bisschen verändern das heißt der 914 für moment habe ich hier zum beispiel angegeben das könnte ein 3.1 bett sein und zehn objekte für eine andere produktion könnte es vielleicht besser mit einer 5.1 bett sein und dann umso weniger objekte also das sind dann das ist dann alles möglich und skalierbar von unterschiedlich welcher produktion das nächste slide eben ist wie ich jetzt mein pyramids sozusagen zu meinen renderer konnektieren also von der basis her sind sie natürlich auf demselben netzwerk und hier rede ich jetzt nicht über all 67 ravena das hat jetzt nichts damit zu tun in diesem fall das heißt ich habe einfach zwei ip adressen und die sehen sich das heißt ich habe die rechte maustaste auf dem mischer und da habe ich einen eine neue funktion die heißt atmos connect und da kommt das linke fenster darauf und ich drücke einfach connect und dann sind die konnektiert das wichtige davon das ist nicht die audio konnektion sondern das ist die meta data konnektion ok und von der meta data konnektion sehe ich jetzt in meinen router von mixer also das linke teil hier da unten das mit den lila ist vom renderer und das rechte teil ist der router von pyramids den ihr kennt das linke teil vom renderer kann ich ja verschiedene beds eingeben kann ich objekte eingeben und so weiter und kann sie auch benassen was roné hier bestimmt gemacht hat hat top left front top left right und so weiter eingegeben als objekte und auf der rechten seite in mein ein und ausgängen in mein pyramids sehe ich auch genau diese namen wieder so weiß ich was ich eben konnektieren möchte das heißt ich werde jetzt left center right und so weiter für mein 71 und meine vier top speaker objekte da sehen weil die metadaten eben verkoppelt sind und ich kann sie zueinander sehen das andere was die metadaten auch bringt was interessant ist ich kann dann panning position also jetzt wenn ich jetzt ein objekt hätte was jetzt irgendwie was ich durch die durch 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 die durch die höhe oder irgendwie was von von vorne nach hinten nach hinten tun möchte diese position sozusagen diese echtzeit position wird jetzt auch durch diese metadaten konnexion sozusagen über das netzwerk gesteuert oder vorhanden ok das sind jetzt die ios und das ist eben gerade was ich sagen wollte eben dass das nächste slide das sind die objekte und das heißt ihr werdet dann auch sehen das ist der renderer da unten und daher sehe ich das grüne objekt das ist das ist eben ein objekt was im sinne was ich dann eben irgendwie rechts oder links irgendwo hin tue und während der produktion was vielleicht auch woanders hin gut das heißt das ist dann eine automation oder irgendwie sowas und das ist dann im grün vorhanden gut wie mache ich jetzt diese konnexion und dieser workflow zusammen im pyramix mit den renderer ich habe jetzt zwei computer das habt ihr schon verstanden also ein mac und ein pc für mein pyramix wir haben jetzt einen neuen treiber einen neuen audio treiber der heißt merging audio device dieser merging audio drei audio treiber hat ein paar neue anwendungen die sehr interessant sind da komme ich ein ganz wenig später daran aber die idee ist dass mein pyramix natürlich über asio auf mein merging audio device funktioniert und der wird getackt durch mein anubis es könnte auch ein horus oder happy sein ganz klar und auf der anderen seite habe ich eben mein v ad das heißt mein mein co audio treiber über eis 67 oder ravenna und da werde ich mein dolby renderer sozusagen über co audio einsetzen okay ich brauche da nichts anderes im sinne von von io karten oder irgendwie sowas und dann kann ich natürlich meine lautsprecher über ein anubis konnektieren oder dann halt noch eine andere instanz wie der happy oder sowas wenn ich dann mehr kanäle brauche gut das ist das ganz einfache die idee natürlich ist dass ich auch noch über anneman das kennt ihr auch bestimmt über anneman meine ein und ausgänge jetzt physisch sozusagen in meinen virtuellen patch auch noch mal konnektieren muss bis jetzt habe ich mein renderer konnektiert mit seinen eingängen oder ausgängen und mein pyramix mixer mit seinen ausgängen jetzt muss ich noch über das netzwerk sozusagen diese konnektieren und da kann ich natürlich das kennt ihr alles aber ich habe jetzt was mir jetzt hier gemacht haben wir haben es jetzt so gemacht dass wir unseren unseren bus also 714 direkt zum anubis konnektiert haben damit wir ihn anhören können und dann haben wir natürlich auch direkt die 714 ausgänge zum renderer gemacht und vom renderer die ausgänge dann wieder zurück zum anubis so dass wir ein pri ein pre encoding und ein post encoding uns anhören können und dazu könnten wir noch was wir zwar jetzt nicht gemacht haben aber wir könnten noch den binauralen ausgang vom renderer auch noch mal einsetzen und dann dass wir direkt ein kopfhörer einsetzen können und das binaurale den binauralen ausgang vom renderer auch noch mal anhören können das alles gleichzeitig und das ist halt mit den virtualen patch wo man das halt zusammen setzen kann gut wenn muss ein stück weiter bringen das interessante ist dass der merging audio device ist nicht nur jetzt ein asio treiber aber er macht genau dasselbe was da was der co audio auch möglich macht ist die agri sagt man aggregation auf deutsch das aggregate auf englisch das heißt man kann mehrere auto instanzen gleichzeitig haben und sie natürlich dann vermischen solange dass die sample rate also die frequenz dieselbe ist im sinne ich habe jetzt irgendwie was aufgebaut aber im sinne ich habe mein pyramids ich habe ein anderer asio instanz wie zum beispiel ein abelton oder könnte ein ripper oder was anderes sein weil ich eben funktion von diesem material brauche diesen software brauche und dann kann ich auch noch ein ein spotify oder was anderes aber was über windows media driver funktioniert das heißt direkt über videos oder es könnte auch ein browser sein und die kann ich alle durch den mad durch den audio merging device direkt über das netzwerk über eins 67 und könnte das jetzt auch gleichzeitig mischen dann in mein dolby render zum beispiel okay das macht vielleicht nicht so sinn in diesem fall in produktion aber das macht auf einmal sehr viel sinn wenn man ein live streaming macht das heißt ich könnte jetzt mir sagen warum nicht dass ich eine produktion mache wo ich gleichzeitig aufnehme ein dolby atmos aufnehme weil nach der produktion soll ich das liefern aber ich möchte ein live streaming machen zum beispiel im mineral oder einfach in stereo und da kann ich das direkt über solche sachen hin und her verfügen und einsetzen okay also das wäre alles möglich in diesem sinne und das funktioniert natürlich alles über über das netzwerk über ravenna gut noch eine sache die wichtig ist das ist der monitoring tool von den renderer das heißt ja wie wir es gesehen haben wir haben in den dolby renderer eingänge klar zum zum einen atmosfile da raus zu machen aber wir haben auch ausgänge das heißt wir möchten natürlich den ausgang erst mal hören aber ich habe natürlich meine lautsprecher sozusagen da drinnen konnektiert also jetzt hier durch den anubis aber wenn ich den anubis nicht hätte hätte ich direkt meine lautsprecher an den renderer sozusagen konnektiert mit den ausgängen und dann kann ich ihnen noch eingeben ob da ein delay ist oder ob ein trim ist im sinne dass ich halt den gain ein wenig höher oder niedriger setzen möchte das interessante mit ein anubis in diesem sinne ist dass ich den anubis auch einsetzen kann genau für solche sachen ich kann ein 714 oder 914 direkt einsetzen egal ob es jetzt von pyramids kommt vom renderer oder woanders das sind das sind netzwerk streams und dann kann ich ihnen eben ein trim ein delay und dann noch ein eq einsetzen also ich kann ein room correction sozusagen direkt in anubis einsetzen und dann unabhängig auch von den renderer das heißt er kann immer flach bleiben und ich könnte auch mal den renderer in verschiedenen instanzen benutzen ich brauche da irgendwie nicht groß zu konfigurieren weil der anubis eigentlich hier bleibt und der ist für diesen saal sozusagen konfiguriert mit den richten trim den richtigen trim und eqs und das und das allen zusammen gut das ist noch das letzte was wir jetzt hier haben so sieht es wirklich aus was wir hier vor uns haben wir haben den pyramids native asio über den mad ein switch den vd auf dem mac auf der linden seite mit den dolby renderer und den anubis konnektiert mit den happy so dass vier lautsprecher über den anubis als da wandler sozusagen benutzt werden vier ausgänge und der rest das heißt acht andere ausgänge über den happy benutzt werden und das ist natürlich richtig im takt auch dass da nicht eine latenz oder sowas ersteht und das wollen wir ja nicht und das ist jetzt hier die konfiguration das letzte teil von wo ich noch nicht gesprochen habe ist das ich brauche ja oder ich muss ja sozusagen ein transport haben weil ich ja eine instanz habe also dolby atmos muss ja wissen in welcher zeit ich mich befinde weil ich zum beispiel also weniger für musik aber weil ich zum beispiel eben ein panning machen möchte und da muss man natürlich wissen wann das stattfindet und so weiter und so weiter deswegen brauche ich oder eine ltc oder eine mtc konnexion was mir hier gemacht haben ist dass wir den ltc ausgang von pyramids nativ jetzt als durch den happy genommen haben also er geht jetzt mit ltc raus und da benutzen wir einen eingang von den anubis und ihm als audio übers netzwerk in den renderer hinein zu tun und das funktioniert